Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe, du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017